Als ich ein junger Mann war, der in New York City aufwuchs, weigerte ich mich, den Treueid auf die Fahne zu schwören. Natürlich wurde ich ins Büro des Schulleiters geschickt und dort gefragt, warum willst du nicht den Treueid auf die Fahne schwören? Alle machen das. Ich sagte, früher glauben noch alle, dass die Erde eine Scheibe sei, aber das machte sie nicht flach. Ich erklärte, dass Amerika alles, was es besitzt, anderen Kulturen und anderen Nationen zu verdanken hat und dass ich den Treueid stattdessen auf die Erde und ihre Bewohner schwören würde. Ich muss wohl nicht mehr sagen, dass ich kurz darauf die Schule ganz verließ und ein Labor in meinem Schlafzimmer einrichtete. Dort begann ich über die Wissenschaft und die Natur zu lernen. Damals wurde mir klar, dass das Universum Gesetzen unterliegen und dass der Mensch zusammen mit seinen Gesellschaften von diesen Gesetzen nicht ausgenommen ist. Dann kam der Crash von 1929. Es begann die Zeit, die wir heute die große Depression nennen. Ich fand es schwierig zu verstehen, warum Millionen keine Arbeit und kein Zuhause hatten und hungerten, während die Fabriken still standen. An den Ressourcen hatte sich nichts geändert. Zu dieser Zeit erkannte ich, dass die Spielregeln der Wirtschaft von Grund auf unrichtig waren. Kurz danach kam der Zweite Weltkrieg, in dem sich verschiedene Nationen gegenseitig systematisch zerstörten. Ich rechnete später aus, dass all die Zerstörung und all die verschwindenden Ressourcen, die in diesem Krieg vergeudet wurden, mit Leichtigkeit die Bedürfnisse aller Menschen auf dem Planeten hätten decken können. Seitdem musste ich dabei zusehen, wie die Menschheit ihre eigene Auslöschung vorbereitet. Ich musste dabei zusehen, wie im Namen des Profits und der freien Märkte unsere wertvollen, endlichen Ressourcen kontinuierlich verschwendet und zerstört werden. Wie die sozialen Werte der Gesellschaft zusammenschrumpfen auf die künstliche Basis vom Materialismus und gedankenlosen Konsum. Ich musste dabei zusehen, wie die Macht des Geldes die politische Struktur sogenannter freier Gesellschaften kontrolliert. Ich bin mittlerweile 94 Jahre alt und ich fürchte, meine Einstellung ist die gleiche wie vor 75 Jahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017